Und dein Thema, worüber du rappst, ist, du gehst jetzt auf Weltreise und reist um die Welt und nimmst alle diese Leute mit. Wir haben Flimmi Hendrix an den Beats, fahr auf die Scheiße, Ziegenschläfer, let's go! Ja, so sieht's aus. Korrekt. Okay, ja, Alter, weil ich auch das Geld scheiße, bring ich einfach los und mach die Weltreise. Leute, kommt hier mit, der Mann sagt, dass wir dürfen leicht fahren, wir wieder los und fangen an, erstmal in Österreich. So sieht's aus, dann geht's nach Japan, ja, was geht's ab, weil man, verdammt, wir haben den Fahrplan. Einfach so rot um die Welt, was mir gefällt, was geht, nach dem Rad und streik halt alles auf der Welt. Ich rock jetzt hier die Crew, gib mir mal ein Yeah, ja, was geht's ab und dann chill mit China. Ja, keine Ahnung, voll das Gelaber, aber ich glaub, Alter, hab mir doch Zeit gemacht, dass du das am Startler. Okay, ich mach noch weiter, so sieht's ab, auf der Straße nach Geralter. Das hab ich mal gehört, Wörter sind voll am Start und ich geh erst mal an Wörtersee. Du bist geschwänzt, aber verdammt, ich check das. Was geht ab, Alter, bin ich noch, ähm, ich hab's voll verkackt, scheiß drauf. Was geht auch, Mann, ich greiß auf. Was geht auch, Mann, ich hab's voll verkackt, scheiß drauf.